Hallo Amadeus, der Grüne. Hallo Amadeus. Ja, wie geht's? Leila, komm her, hier, spiel ich mit ihm. Ja, Amadeus, wie geht's? Ja, Amadeus, du kleiner Goldbeer, komm her. Leila, komm, spiel mit Amadeus. Hier. Amadeus, der Grüne. Du willst die nicht mehr saugen lassen, gell? Ja, 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 der kleine Amadeus, der kleine liebe Schatz, gell? Ja, 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 ja. Du hast immer noch Hunger bei Mama, gell? Hallo Anthea. Das ist unsere Anthea, unsere Weiße. Ja, Anthea, wie geht's? Ja, ihr Leila. Ja, ihr Leila, du willst nicht, dass er, dass er sagt, bei dir? Anthea? Ja, 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 wir sind deine Geschwisterchen besuchen, gell? Ja, unsere Anthea, gell? Ja, die kleine Lausmaus. Du kleine Schatzbiene. Die kleine Anthea. Ja, 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 unsere Weißi. Unsere Weißi. Ja, 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 ja. Ja, hallo. Unsere Weißi, die Anthea. Oh, die Mama Schmosen, das ist fein. Gell? Ja, prima. Hier, Anthea, du kleine Lausmaus. Du feines Mädchen. Anthea, komm her. Hier, Anthea. Wirst du die Brennnesseln erkunden? Die Brennnesseln. Ui, ui, ui. Da stichst du dich. Ciao, unser Roti. Ja, Leila. Ja, prima. Wisst ihr auch nicht, dass er trinkt? Gell? Du kleiner Läufer. Ja, hallo. Ja, wie sind die Mama bezirrt? Kleiner Roti. Leila, musst du erziehen. Ja, und der macht auch Unterwirfigkeitsgeste. Er ist gut erzogen. Jedenfalls im Hundeleben. Ja, hallo. Ja, 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 ja. Kleiner Roti-Bär. Ja, 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 ja. Hier, komm her. Du kleiner Wuselbär. Du kleiner Wuselbär. Ja, 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 ja. Leila, bringst du ihn wieder zur Ruhe. Gelle, bringst du ihn zur Ruhe wieder. Wird erbettet, dass du nicht so streng bist. Aber als Mama muss man mal streng sein, gell? Ja, ja, ja. Und die hier tust du an sie laut. Ui, du bist ein Läufer vor dem Herrn. Ein Läufer vor dem Herrn. Gell. Ja. Ja. Und Unterwürfigkeitsgeste. Prima. Bei Hunden klappt das. Jetzt muss es noch in einer Menschenfamilie klappen. Hä? Das dauert eine Weile. Bis du sie verstehst und bis sie dich verstehen. Gelle. Klar, roti Bär. Ja, ist da was Interessantes? Hast du was gefunden? Prima. 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 So, das ist blau. Unser Arminius. Der Arminius. Der blaue. Die Leila möchte nicht mehr, dass die Kinder saugen. Ja, Arminius. Willst du die Mama wieder ärgern? Willst du die Mama wieder quälen? Hast du deine Last, gell, Leila? Wenn die Kinder immer nur trinken wollen. Dann, Arminius, unser kleiner Freund. Unser blauer. Ja, der kleine Schatzbier. Ja, hallo. Komm, sitze Papa. Der Papa will dich filmen. Du bist wieder ein Flinker. Ganz flink bist du wieder. Hallo, Arminius. Ja. Wirft sich auf den Rücken. Unterwürfigkeitsgeste. Ja, Leila, du musst ihn wieder erziehen. Er soll ruhig bleiben. Soll sich unterordnen. Gell? Hier, der kleine Arminius. Der kleine Goldbär. Geht auf Entdeckertour hier. Ganz alleine in die große, weite Welt. Gell? Ja, 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 ja. Du kleiner Entdecker, du. Du kleiner Entdecker. Der Arminius, der kleine Entdecker. Gell? Hier, du Schatzbier. Der kleine Arminius. Das ist unser Augustinus. Der blau-weiß. Augustinus. Wird auch bei der Mama trinken. Und die will das nicht. Ja, Augustinus, du kleiner Schatz. Du hast dir die Mama wieder bezirzen hier. Ja, hä? Ja, die Mama will das nicht, hä? Die Mama will nicht, dass du das jetzt trinkst. Kleiner Augustinus. Gehst du auf Erkundungstor? Auf Entdeckungsreise. Gartenstube, gell? Jo, 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 was ist alles so Interessantes da? Gell? Kleiner Augustinus. Ja. Leider erzieht ihre Kinder. Er legt sich von der ganzen Leine hin. Unterwirklichkeitsgeste. Von ganz alleine, ohne dass er ihn korrigieren muss. Das ist Unterwirklichkeitsgeste. Demutsgeste. Leila dominiert ihn. Sagt ihm, wo sein Platz im Rudel ist. Gellekleiner. Augustinus war es, glaube ich, jetzt, gell? Ja, so blau-weiß. Ja, unser Augustinus, blau-weiß. Gehst du auf Erkundungstour? Unter den Gartentisch? Oh, kleiner Goldbeer. Kleiner Liebling. Schmeckt das Gras gut, hä? Schmeckt das Gras gut? Augustinus? Hier, du Schatzi-Bär. Augustinus isst offenbar gerne Gras. Und macht sich's bequem. Jawohl. Hier, du Schatzi-Bär. Gehle. Kleiner Augustinus. Hier, die Kameras interessant, Gehle. So, das ist der Alexander, unser grün-weißer. Alexander will auch die Mama ärgern. Nein, der will sie nicht ärgern, der will nur trinken. Und die Mama will das nicht. Jetzt versucht er es nochmal von hinten. Aber das Schnauzelecken ist auch Demutsch eine Beschwichtigungsgeste. Ja, sie will nicht, dass er trinkt. Das hat sie ihm gesagt. Schnauzelecken ist Beschwichtigung. Ich mein's ja ganz gut. Gell, willst du's sagen? Ja, 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 ja. Die Mama will nicht, dass du trinkst. Gell, die Mama will nicht, dass du trinkst. Kleiner Alexander, unser grün-weißer. Unser grün-weißer Schatzbär. Alexander? Hier, schau. Gehst auch von Deckungsreise. Die Geschwisterchen. Unser Alexander, unser grün-weißer. Ja, schau. Ist das interessant? Ist das interessant, kleiner Alexander? Ja, 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 ja. Kleeblätter. Muss man alles untersuchen. Alles entdecken, gell? Ja. Ja. Ja.